Wir hatten einen guten Tag gestern. Insgesamt fünf Flieger runtergeholt. Die Russen setzen ihre Truppenlandungen aber fort. Die da oben haben deshalb beschlossen, die Landebahn in Odessa zu zerstören. Keine Pisten, keine Landungen, ist doch klar, oder? Wem's nicht passt, der kann sich beim Weihnachtsmann beschweren. Es gelten weiterhin strenge Gefechtsregeln. Erlaubte Ziele sind Landebahnen und fliegende Russkis. Vor allem anderen, Finger weg!